Da sind wir wieder. So, drop. Boah, alter Schwede. War aber schon so gut, ne? Aber jetzt kann man die Level ja. Das ist ja immer ein bisschen einfacher. Ey, du bist auch sowas von nicht der Teamspieler. Warum bist du eigentlich eben extra den anderen Weg gegangen? Wann? Wo? In der Psychiatrie. Mit den ganzen Laserschranken. Bist du links langgegangen? Weil es einfacher ist. Ja, oh, da war doch schon die Tür auf. Hätten wir nur durchraschen müssen. Geht links lang schneller. Hättest du zumindest eben was gesagt. Ja, ich geh auch nicht lang. Hab ich ja gedacht. Dann bist du umgedreht. Ich sag dir, ich geh längs lang. Also, ja, ich geh hier oben lang. Da war ich weg. Komm auf dem Rückweg, komm wir das nicht. Ey, lass mal. Achso, du bist ja da. Oh, ui, ah, ui, ah, da hat der Geschoss, Sam, ja. Ach, der wiegst er. Fuck. Nö. Schau dir mal angerempelt, ja. Ah, da schießt ja immer noch, äh. Kaka, das war dumm, ja. So, gar nix, ey. Warum hast du dir angerempelt? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass das irgendwas ausmacht. Oh, hallo? Wie oft spiele ich den? Nicht oft genug. Genug? Das erste Mal heute. Ich bin der beste Hacker der Welt, hab ich das schon mal erwähnt. Warte. Oh, ich schau mir das hier mal. Dann geh ich unten lang. Bisschen ist geil, wenn's dunkel ist. Boah. Wo bringen die Dalle hin? Ne, ich bin gar nicht da. Oh, ah, Fug you, du Drecksau. Abgeschlossen, dumme Sau. Ich gehe hier so vorbei. Den Schuss habe ich noch einen, das kann ich nicht schaffen, warte mal, vielleicht ja da. Wo läuft denn da jetzt noch eine Bulle lang? Das Licht ist aus, das Licht ist aus. Finde ich fast gut. Ah fuck. Oh, ich bin auch noch Fan, ich war. Oh fuck you, Alter. Oh, ich bin tot. Ich leg mich mal hier hin. Die sind zu schnell wieder da, aber im Licht. Oh, Alter. Ah, ich gehe hier durch. Dann geh ich hier lang. Die Steckdosen liegen wieder beschissen gerade. Oh, die Tröte ist wieder wach. Das sagen alle Leute, die kann es geladen. Steckdosen liegen zu scheiße. Nee, jetzt guck dich gerade mal um. Ja, ich weiß. Ich wollte dich auch nur aufziehen. So, ähm. Dann zieh dich auf. Da haben wir das Ding. Ich habe keine Emotionen mehr für meine Schrottflinte. Ah, das macht nichts. Ich gehe hier einfach durch. Ja, du musst den ausmachen, den Typ. Irgendwie. Ich gehe dran vorbei. Und dann knacken wir den Safer. Ich glaube, das schaffen wir nicht, Jan. Was soll schon passieren? Passieren! Ah, Flucht! 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 Ich weiß, Jan, ich weiß. Tschüss. Wir haben alles Geld. Ist das nicht toll? Ich bin übrigens fast tot. Wie würdest du noch? Du bist voll, oder? Ja. Du hast alles abgeblockt. Bist ein Wichser, ey. Aber du hast dich aber schon einmal geheilt, ja, vorhin einmal, ne? Ja. Ist kein anderes heil-ding mehr da, oder? Ja. Weiß ich nicht. Ich könnte mal hier unten gucken. Nee, es gibt keine. Nee. Nee, dann komm mal her. Ja, muss ich wohl, wa? No, Street Level. Ah, wo können wir hier rüber gehen? Sieh, bestimmt nicht. Kliff mich grad, bolle lahme Knarre. So, aber warten, da kommt nämlich einer. Mohoi. Aber, äh, die Stecklosen liegen sehr gut grade. Oh, ich klaue Gelte. Die riechen hinter dem Rücken weg. Und dann kann ich hier aufmachen. Und dann steht da ein dicker, fetter Jugel drauf. Oh, Kacke. Bist so ein Spang. Bist so ein Spacken. Ja, was machst du denn da? Du machst das genauso. Ich mach überhaupt nichts. Nein. Hm? Komm aus da. Komm aus da. Da können wir mal reinrennen. Macht ja nichts. Nichts, äh. Ich mach auch nichts. Komm mal, wer ist Ihnen denn? Tschüss. Hahaha, sorry. Das ist schon wieder abgeregt, Typ O. Ich stehe hier nur so mit. Ich gehöre quasi zum Inventar. Telefon. Na, mach nix. Telefon. Oh, oh. Ich geh mal auf das Ding. Was ist hier drin? Weiß ich nicht, aber ich sammel das hier mal auf. Was machst du? Oh, äh. Oh, fuck. Kackt. Warte, ich muss hier mal Geld klauen. Da haben wir das. Aua, der schießt mich auch direkt an der Sack. Das, äh, machen die manchmal. Ja. Äh, wir gehen hier rein, äh, wir gehen hier rein, hier rein und hier rein. Und dann gehen wir von unten rein. Puh. Hm. Super einfach. Wo können wir hier gucken? Wo können wir hier gucken? Wo können wir hier gucken? Uh, da haben wir alles. Ja, einfach alles Licht ausmachen, was hier ist. Und dann geh ich in den Hauptromputerraum und dann mach ich alles kaputt. Oh, oh nein. Da kommt einer raus. Kommt mich mal, du Fotze. Aua, haut mich. Ich, 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 ich krieg's nicht gebacken. Ich bin da letztens so durchgerannt, ne? Ah, fuck. Ist das ein Hack oder was? Ah, noch nicht. Doch, noch. Ich bin da mal Licht auszumachen, alles gut. Warum muss ich überhaupt in den Hauptbereich, dann brauche ich doch überhaupt nicht rein in den Raum da oben, oder? Die Lobby? Ist doch vollkommener Quatsch. Warum versuche ich da die ganze Zeit reinzukommen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Völliger Unsinn. Den krieg ich nicht. Jetzt auch einen Kriegner. Oh, ich warte, der safe da ist. Muah! Muah! Oh, kacke, da kommt er. Scheiße. Ich renn mal weg. Oh. 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 Kacke. Oh. Oh, oh. Ich geh hier rein. Und dann geh ich hier rein. Und dann zieh ich mich um. Und dann geh ich hier rein. Como! Ah! So va! Sorry. Ah, geh immer das Licht aus. Oh, bist drinnen. Hast du hier Arten gemacht? Ich bin beim Licht. Ja, dann kannst du das mal ausmachen. Du bist oben... Ja. Dann klaue ich mir das hier immer alles weg. Ähm. Die Registerkasse zuerst, oder? Ne. So in etwa. bis sie bescheid gesagt haben das alarm ist egal da kommen sie alle angelaufen wieso du guter beknackt und raffen trotzdem nichts aber wo ist der rinde so mann so hören sie sich an habe ich mir das gefühl wieso rammelst du mich an wozu sechs geld fehlten auf die registerkasse ich glaube genau ich muss mal eben den computer bedienen damit das licht ausmachen kann licht ist aus schaumschüssel noch nicht das ding ist es warte da kommt einer ja ich weiß das ist nicht besser licht ist macht nichts jetzt aus kommt der nicht zu spack licht ist an ich würde auch einfach den computer oben machen aber ich habe mal eben ja könntest du mal eben das licht aus und das licht aus der lobby auch mehr und das ist nicht mal ich mach das über den computer es gibt irgendwie ein vorkack er was ist steht der Bulle darf mich nicht sehen der schießt ich nehme mir das hier dann gehe ich hier raus so und dann gehe ich hier rauf ich bin ganz am anfang wieder oh kacke ja hi jungs hier lebe ich aber ganz bescheuert wenn ich hier gleich liege ich liege am anfang bei der treppe oh gott ja sorry ich habe mich zurückgetrieben weil wir dann mit drei leute verfolgt haben ich gehe hier einfach vor ja das habe ich auch versucht das kannst du knicken ach fuck aua ja das war es jetzt und du kommst doch nicht raus weil er mit dem zu ist ja ist ja gut ja ihr fecker das kriegen wir schon irgendwie hin tt tt